Willkommen zu diesem Video. Es geht heute um verschiedene Sorten von S im Nominativ. Wir reden über das Pronomen S. Wie immer erzähle ich Ihnen nicht die gesamte Theorie zu diesem Phänomen. Die finden Sie in meiner Open Access-Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Den Link zum kostenlosen Download finden Sie in der Beschreibung zu diesem Video. Das Thema der verschiedenen Sorten von S wird manchmal als ein bisschen schwierig empfunden. Dabei ist es das eigentlich gar nicht. Man muss nur erstmal sich darauf einlassen, dass es verschiedene Sorten von diesem Pronomen im Nominativ gibt. Es springt über den Zaun. Wir reden von diesem S hier. Das ist eindeutig ein Nominativ. Ich versuche das jetzt in diesem Video so kurz wie möglich zu machen und fange deshalb an und erkläre Ihnen erstmal die Eigenschaften dieses S hier und dann schauen wir in welchen Punkten die anderen Sorten von S von diesem abweichen. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, werden dann die Eigenschaften hier oben am Bildschirmrand aufgelistet. Was Sie hier vor sich sehen, ist ein ganz normales Pronomen S. Überlegen Sie sich, wie dieser Satz in einem größeren Kontext verwendet werden könnte. Da könnten Sie zum Beispiel sowas haben wie, das Rehkitz ist schon sehr groß geworden, es springt über den Zaun. In dem Moment beziehen Sie sich ja mit diesem S auf etwas, was Sie vorher schon erwähnt haben. Das ist ein sogenanntes anaphorisches Pronomen. Das heißt, das ist eins, womit Sie sich im Text oder Diskurs zurückbeziehen auf Dinge, die vorher schon mal erwähnt wurden. Dieses S ist eine Anapha. Das heißt, sie bezieht sich typischerweise auf etwas, was vorher schon erwähnt wurde. Und was Sie auch sehen, ist, wenn Sie sich dieses Verb anschauen, zu dem dieses S das Subjekt ist, dann sehen Sie, dass dieses Verb springen diesem S eine Rolle zuweist. Was soll das konkret hier heißen? Das heißt, wenn Sie sich eine Springen-Situation vorstellen, dann gibt es immer etwas, das springt. Und es wird in diesem Satz genau mit diesem S kodiert. Das sind jetzt die beiden wichtigen funktionalen Eigenschaften von dieser Art S, um die es jetzt hier im ersten Satz geht. Vor allem die Rolle. Und diese Eigenschaften führen dazu, dass Sie diese Arten von S immer ersetzen können durch ein volles Pronomen. Und da würde ich Ihnen empfehlen, immer dieses zu nehmen. Das Problem ist dann, dass diese beiden Sätze nicht mehr genau gleich funktionieren. Was Sie aber auf jeden Fall sehen, ist, dass dieses in dem Satz auch genau dieselbe Rolle annimmt, wie S in dem Satz darüber. Es gibt halt einen kleinen Unterschied zwischen diesem anaphorischen S und diesem Pronomen dieses, weil das nicht eben anaphorisch ist. Das ist deiktisch. Das heißt, Sie haben hier die sogenannte deixis. Das heißt, es bezieht sich auf etwas in einer Sprechsituation. Sie müssen dann darauf zeigen, zum Beispiel. Aber grammatisch gesehen können Sie das hier einsetzen. Das sind jetzt eigentlich schon die wichtigsten Kriterien, die wir haben. Wenn Sie das feststellen, dass das ein anaphorisches Pronomen ist, das eine Rolle vom Verb zugewiesen bekommt und Sie können es durch ein deiktisches Pronomen wie dieses ersetzen, dann haben Sie, ich nenne das jetzt mal, ein Vollpronomen vor sich. Wir reden gleich noch über diese anderen Varianten von S. Und da wird eine Sache sehr wichtig. Die können wir uns hier auch anschauen. Und zwar, ob wir dieses S aus dem Vorfeld, also hier vom Satzanfang, verdrängen können. Wenn Sie hier den Satz draus machen, über den Zaun springt es, der ist natürlich in seiner Verwendung ein bisschen spezifischer. Aber das können wir auf jeden Fall so sagen. Dann rutscht das S hier aus dem Vorfeld raus, irgendwo ins Mittelfeld. Und eine andere Phrase muss halt ins Vorfeld gestellt werden. Das ist wirklich nur eine Variante der Konstituentenstellung. Ansonsten ändert sich nichts. Wir haben hier immer noch die Rolle und dieses S ist immer noch anaphorisch. Und ein letztes Kriterium führe ich jetzt an diesem Satz auch noch ein. Wenn Sie das S ganz weglassen, springt über den Zaun, na, dann haben wir hier einen Satz, der nicht mehr grammatisch ist, weil das Subjekt, also der Nominativ bei Springen, wie bei fast allen Verben realisiert werden muss. Hier würde die Rolle nicht vergeben werden. Die muss aber vergeben werden. Da muss immer eine Phrase sein, die diese Rolle zugewiesen bekommt bei Springen. Und das ist nicht der Fall. Das volle Subjektpronomen haben wir damit jetzt abgehakt. Hier sind die zwei anderen wichtigen Fälle von S, die sich davon unterscheiden. Und zwischen denen gibt es auch nochmal einen Unterschied. Auf jeden Fall handelt es sich auch um Nominative. Und Sie haben die Form S. Als erstes überlegen wir uns, ob Ihnen von diesen Verben, Gewittern und Spielen in dem Fall, eine Rolle zugewiesen wird. Wenn es gewittert in Bottrop, gibt es dann irgendein Ding, das gewittert und das von diesem S auch wirklich bezeichnet wird. Dieses S bezeichnet ja nicht das Gewitter. Das bezeichnet eigentlich gar nichts. Hier wird keine Rolle zugewiesen. Bei S wird Trompete gespielt, haben wir ein sogenanntes unpersönliches Passiv. Das Agents wird nicht ausgedrückt. Die Frage ist, wird von diesem S irgendwas bezeichnet in dieser Spielensituation? Das kann ja gerade nicht heißen, das Lied wird auf der Trompete gespielt. Da müsste es ja auf der Trompete heißen. Also dieses S bezeichnet eigentlich gar nichts so richtig. Und das ist der wesentliche Unterschied von diesen beiden Arten von S im Vergleich zu dem vollen Subjektpronomen. Und das können wir testen, denn das volle Subjektpronomen möchte eine Rolle zugewiesen bekommen. Dieses zum Beispiel. Und wir können jetzt hier dieses einsetzen und dann werden wir sehen, dass das in beiden Fällen nicht geht. Denken Sie ganz kurz drüber nach, wie das aussehen würde. Dieses gewittert in Bottrop. Dieses wird Trompete gespielt. Beide Sätze, die einwandfrei nicht gehen. Und das liegt eben genau da dran. Dieses Pronomen hier möchte unbedingt eine Rolle zugewiesen bekommen, um verwendet werden zu können. Das können diese beiden Verben hier nicht. Das ist die Gemeinsamkeit dieser beiden Fälle. Die Frage ist natürlich jetzt, gibt es Unterschiede? Und dazu können wir uns zwei Aspekte angucken, die wir auch schon erwähnt haben. Als erstes schauen wir, ob dieses S aus dem Vorfeld verdrängt werden kann. Unter der Voraussetzung natürlich, dass wir was anderes ins Vorfeld stellen, weil ja immer irgendwas im Vorfeld stehen muss. Überlegen Sie mal kurz, wie das bei diesen Sätzen aussehen würde und ob die dann noch grammatisch sind. So was käme da raus. Wir haben hier in Bottrop gewittert ist. S wurde ins Mittelfeld gestellt. Dafür steht in Bottrop im Vorfeld. Der Satz geht einwandfrei. In Bottrop gewittert ist. Hier haben wir Trompete ins Vorfeld gestellt und S ins Mittelfeld. Trompete wird es gespielt. Hm. Geht nicht. Damit haben wir einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Arten von S. Das hier bei dem unpersönlichen Passiv können wir nicht ins Mittelfeld stellen. Das muss im Vorfeld stehen. Sobald wir das da raus bewegen und was anderes ins Vorfeld stellen, wird der Satz ungrammatisch. Hier oben geht das. Dieses S ist aufs Vorfeld festgelegt. Das ist das sogenannte Vorfeld-S. Das füllt einfach nur das Vorfeld, weil nichts anderes da ist, was das Vorfeld füllen kann oder weil wir nichts anderes ins Vorfeld stellen wollen. Dieses S hier oben hingegen ist irgendwie eine Ergänzung zu gewittern. Das verhält sich wie eine ganz normale nominale Ergänzung. Aber das Verb sagt eben ganz spezifisch, ich hätte gerne S als Ergänzung. Nicht irgendwie eine NP im Nominativ oder ein anderes Pronomen im Nominativ vielleicht. Nee. S. Da muss S stehen. Wir kommen auf dieses Vorfeld S gleich nochmal mit einem Detail zurück. Ich würde jetzt auf diese Ergänzung nochmal ein bisschen vertieft eingehen und Ihnen zeigen, dass es davon noch einen anderen Fall gibt. Wir vergleichen jetzt dieses S hier oben mit diesem S in dem Satz, bei dem Film gruselt es mich. Was wir auf jeden Fall sehen ist, dass es nicht im Vorfeld stehen muss, weil hier steht es nicht im Vorfeld. Wir könnten aber genauso gut sagen, es gruselt mich bei dem Film. Das heißt, den Test können wir hier genauso wie da erfolgreich durchführen. Und auch hier ist es wieder so, dass dieses S nichts bezeichnet und von gruselt keine Rolle zugewiesen bekommt. Und es ist genau wie da oben, dass Gruseln halt sagt, ja, ich habe auf meiner Valenzliste ein Pronomen S. Ganz spezifisch dieses Pronomen. Es gibt nur einen Unterschied zwischen diesen beiden, der gar nicht so wichtig ist, weil das sowieso ein Unterschied ist, den wir bei ganz vielen Ergänzungen kennen. Wenn Sie das S einfach mal in beiden Fällen weglassen und schauen, was passiert, dann bekommen wir in Bottrop gewittert. Das ist ungrammatisch. Und bei dem Film gruselt mich. Das ist in Ordnung. Wir sehen also, dass in dem einen Fall die Ergänzung obligatorisch ist und in dem anderen Fall fakultativ. Das heißt nichts anderes als, die muss stehen, die kann stehen. Ob nun obligatorisch oder fakultativ, in beiden Fällen sagt das Verb. Ich hätte gerne eine Nominativergänzung, die exakt S lauten muss. Das hier oben sind die sogenannten Wetterverben. Die werden oft als Experiencerverben bezeichnet. Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil durch die Tests, die ich Ihnen gezeigt habe, kommen sie einfach zu dieser Klassifikation ganz natürlich und automatisch. Wir kommen noch mal zu einem Detail bei dem sogenannten Vorfeld Es. Es wird Trompete gespielt. Das war hier ja dieses unpersönliche Passiv. Hier ist jetzt ein zweiter Satz, der auch ein Vorfeld Es enthält. Es fliegen zwei Amseln ins Nest. Wir sehen als erstes mal, dass es nicht immer ein unpersönliches Passiv ist, wo dieses Vorfeld Es auftritt. Wir fragen hier wieder, ob dieses Es von dem Fliegen, dem Verb, eine Rolle zugewiesen bekommt und fragen da erst mal, welche Rollen vergibt Fliegen überhaupt? Naja, bei jedem Fliegenereignis gibt es irgendetwas, das fliegt. Das sind in dem Fall die zwei Amseln. Ja, und das war es eigentlich. Ins Nest ist eine Angabe. Das können wir in dem Zusammenhang ignorieren. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass hier irgendetwas fliegt, was von diesem Es bezeichnet wird. Fliegen tun die beiden Amseln. Auch hier ist keine Rolle. Und das können wir in dem Fall wieder schön testen, indem wir versuchen, durch dieses zu ersetzen. Wir hatten ja schon gesehen, dieses wird Trompete gespielt. geht nicht. Dieses Fliegen zwei Amseln ins Nest. Das geht genauso schlecht. Also wissen wir keine Rolle. Genauso wie hier oben können wir übrigens auch das Es nicht aus dem Vorfeld verdrängen. Zwei Amseln Fliegen Es ins Nest. Da wüsste ich nicht genau, was das heißen soll. Und vor allem ist das nicht grammatisch. Worauf ich Sie mit dem Satz eigentlich hinweisen will, ist das hier ist ja nun das Subjekt. Das ist ein Plural. Das hier ist das Verb. Das ist auch ein Plural. Dieses Es hier vorne ist ein Singular. Die Numerus-Kongruenz besteht zwischen diesen beiden hier. Das ist der Nominativ, der als Ergänzung zu diesem Verb gehört. Das hier ist kein verbabhängiger Nominativ. Wenn das so wäre, müsste er ja kongruieren. Tut er aber nicht. Und dann können wir natürlich auch hier oben sagen. Das sieht zwar so aus, als gäbe es hier eine Numerus-Kongruenz. Aber in Analogie zu diesem Beispiel ist das da oben nicht der Fall. Eine wichtige zusätzliche Eigenschaft des Vorfeldes ist, dass es nicht mit dem Verb kongruiert. Damit haben Sie die wesentlichen Typen von Nominativ Es drauf. Ich zeige Ihnen noch einen Typ, der mit diesen ganzen Tests hier eigentlich gar nicht bearbeitet werden muss, weil Sie den von vornherein gleich ausschließen können. Sie sehen gleich, was ich meine. Es beruhigt uns, dass ihr da seid. Hier haben wir wieder unser Nominativ Es. Und Sie sollten wahrscheinlich immer versuchen, als erstes diese Fälle auszuschließen. Denn alles, was Sie dafür tun müssen, ist nachzuschauen, ob es in dem Satz noch irgendwo ein Das-Satz gibt. Das ist hier der Fall. Hier haben wir unseren Das-Satz, also Nebensatz. Und nur in den Fällen machen Sie sich überhaupt Gedanken, ob das ein sogenanntes Korrelat sein könnte. Ich formuliere den Test jetzt ein bisschen salopp. Sie stellen das Ganze einfach mal irgendwie um, so dass der Das-Satz im Vorfeld zu stehen kommt und schauen, ob dann das Es verschwinden kann. Dass ihr da seid, beruhigt uns. Und was gerade nicht geht, ist, dass ihr da seid, beruhigt uns Es. Sobald dieser Das-Satz am Anfang seines Matrix-Satzes zu stehen kommt, haben wir die Möglichkeit des sogenannten Korrelats nicht mehr. Wenn Sie also einen Das-Satz finden und so eine Umstellung machen können, dann ist es ein sogenanntes Korrelat. Und damit haben Sie wirklich alle Sorten von verschiedenen Es jetzt im Überblick. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch sagen, dass die Frage, warum das jetzt eigentlich wichtig sein soll, durchaus berechtigt ist. Einige von diesen Verwendungen von Es, die sind halt schon auf sehr wenige Verben zum Beispiel beschränkt, wie diese sogenannten Wetterverben, so wie Regnen, Duften, Gewittern und so weiter. Aber anhand dieses Phänomens können Sie eine Menge über Morphosyntax, Syntax und Semantik, zumal die Semantik-Syntax-Schnittstelle, verstehen. Zum Beispiel müssen Sie sich über Rollengedanken machen, über Arten von Pronomina, darüber, wie das deutsche Vorfeld funktioniert, darüber, was obligatorische und fakultative Ergänzungen sind. Das heißt, in diesem Phänomen laufen eine Menge Dinge zusammen, die Sie unabhängig von diesem Phänomen wissen sollten, wenn Sie sich mit deutscher Grammatik und Linguistik des Deutschen beschäftigen. Ich hoffe, das hat Ihnen was gebracht. Ich möchte wirklich kürzere Videos mal wieder machen, aber diese Themen, die am meisten angefragt werden, sind natürlich naturgemäß auch die etwas anspruchsvolleren. Falls Sie in der nächsten Zeit eine Klausur schreiben, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Erfolg. Das war nicht das letzte Video für diese Klausurensaison. Fragen und Anregungen schreiben Sie mir doch in die Kommentare. Ich freue mich über jede Art von Interaktion und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin Dank. Vielen Dank.